Wer in Deutschland an der Börse investieren möchte, der kommt am DAX nicht vorbei. Seine kleineren Brüder sind der MDAX und der SDAX für die Nebenwerte. In den USA wiederum kennen viele den Dow Jones, in Japan den Nikkei oder den Topics und global gesehen hat sich der MSCI World einen Namen gemacht. Sie ahnen es vielleicht schon, die Rede ist von sogenannten Börsenindizes, in die Anlegerinnen und Anleger mithilfe von ETFs unkompliziert investieren können. Wir wollen uns heute in diesem Podcast etwas genauer damit beschäftigen, wie Indizes genau zusammengesetzt werden. Und dieser Hinweis sei gleich am Beginn gestattet. Diesen Podcast können Sie überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. So, jetzt aber Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. In der Werbung für einen Schweizer Kräuterbonbon hieß es immer so schön, ich kriege das glaube ich nicht so gut hin, wer hat es erfunden, so ähnlich war das glaube ich, in Anlehnung daran, Karl. Wer hat denn eigentlich den ersten Börsenindex erfunden, weiß man das? Ja, das ist wirklich spannend. Ich musste das auch nochmal recherchieren. Der historisch erste Börsenindex ist der berühmte Dow Jones Industrial Average, also der Dow Jones Index. Der wurde bereits 1884 von dem Journalisten und Wirtschaftswissenschaftler Charles Dow und einem Geschäftspartner Edward Jones konstruiert. Am Anfang bestand er nur aus elf Werten, hauptsächlich Eisenbahnaktien, weil das damals die Zukunftstechnologie war. Am 3. Juli 1884 veröffentlichten die beiden ihre Indexidee im berühmten Customers After New Letter des Wall Street Journals. An den offiziellen Start ging der Index aber erst zwölf Jahre später, nämlich 1896, mit einem Indexstand von 40,94 Punkten und zwölf Aktien. Seit dem 1. Oktober 1928 besteht der Dow bis heute unverändert aus 30 Aktiengesellschaften, die natürlich permanent ausgetauscht wurden. Aktuelle Top-Positionen sind United Health, Goldman Sachs und Microsoft. Top-Branche ist die Finanzindustrie mit einem Anteil von 23 Prozent. Also hatten da die Amerikaner offensichtlich wieder mal die Nase vorn. Karl, wie viele dieser Indizes gibt es denn eigentlich rund um den Globus? Und werden es immer mehr anhand der Fülle an Investitionsmöglichkeiten? Was hast du herausgefunden? Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Die Anzahl ist vor allem in den letzten 10 bis 20 Jahren stark angewachsen, angetrieben von der stark wachsenden ETF-Industrie und vor allem auch aufgrund des Zertifikatemarktes. Dieser im Grunde unsinnige Markt wirkt aktuell ja vor allem von den Sparkassen und Volksbanken angeheizt. Und dafür werden zu jedem Modethema und für alles Mögliche und Unmögliche irgendwelche Indizes konstruiert. Was ihre genaue Anzahl anbelangt, gibt es leider keine vollständigen Daten. Es geht aber auf jeden Fall in die Tausende. Nur um dir eine Vorstellung von der Größenordnung zu geben. Allein der Indexanbieter Morgan Stanley spricht auf seiner Webseite von rund 4.500 gängigen Aktienindizes und von insgesamt 16.000 Aktienindizes, die er in Echtzeit berechnet. Und das sind ja nur Aktienindizes und nur die von Morgan Stanley. Dazu kommen noch Anleihe- und Rohstoffindizes und vor allem noch die der anderen Anbieter, wie zum Beispiel Standard & Poor's. Also lass es mich so zusammenfassen. Es sind wohl eine ganze Menge, Karl. So ein Index ist ja auch immer eine Art atmendes Gefäß. Das heißt, seine Zusammensetzung wird regelmäßig angepasst. Unternehmen fliegen raus, andere gehen wieder rein. Wer entscheidet das eigentlich, zum Beispiel hier in Deutschland? Grundsätzlich ist dafür der jeweilige Indexanbieter verantwortlich. Nicht nur in Deutschland, sondern auch international, also die entsprechenden Unternehmen. In Deutschland ist das eben die deutsche Börsen-AG. Die betreut die gesamte DAX-Index-Familie. DAX, MDAX, SDAX und TECDAX. Das heißt, alle Standard-Neben- und TEC-Werte. Und überprüft alle drei Monate die Zusammensetzung aller Indizes. Zwar ist in Deutschland der DAX am bekanntesten, trotzdem gibt es aber auch eine Alternative. Nämlich den unter institutionellen Anlegern sehr verbreiteten MSCI-Deutschland-Index. Der beinhaltet übrigens 57 Werte und deckt wertmäßig immerhin rund 85 Prozent aller börsennotierten Unternehmen in Deutschland ab. Spannend, weil wir ja in der Tat oft nur über den DAX reden. Wieder was gelernt, MSCI-Deutschland-Index. Das heißt aber auch, Karl, um beim DAX zu bleiben, dass immer die Deutsche Börse-AG das Sagen hat und es keine gesetzlichen Regularien dafür gibt? Richtig. Das Sagen haben immer die, die den Index auch anbieten, also die entsprechenden Unternehmen. Und daran ist auch nichts Verkehrtes. Es muss nicht immer alles gesetzlich geregelt werden. Aber trotzdem gibt es natürlich einen regulatorischen Rahmen. Immerhin untersteht die Deutsche Börse-AG der Aufsicht durch die Börsenaufsichtsbehörde des Landes Hessen und unterliegt zusätzlich noch den Regeln und Vorschriften der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht der BaFin. Du musst dir also keine Sorgen machen, dass da zu wenig reguliert wird. Eher muss man das Gegenteil befürchten. In jedem Fall aber basieren die Zusammensetzungen und auch etwaige Änderungen in den Indizes auf klar definierten Kriterien und nicht auf willkürlichen Entscheidungen. Und das weltweit, nicht nur in Deutschland. Das ist ein gutes Stichwort, Karl. Welche Kriterien gelten denn konkret, um in den erlauchten Kreis der 40 größten deutschen Börsenunternehmen, also in den DAX, aufgenommen zu werden? Das Hauptkriterium ist die sogenannte Marktkapitalisierung. Die ergibt sich, indem man die Anzahl der ausstehenden Aktien mit dem Börsenkurs multipliziert. Relevant ist also der Marktwert des gesamten hinter der Aktie stehenden Unternehmens. Nur nimmt man dabei nicht den aktuellen Kurs der Aktie, sondern den mit dem Handelsvolumen gewichteten Durchschnittskurs der letzten 20 Handelstage. Und bei der Anzahl ausstehender Aktien werden nur die gezählt, die auch tatsächlich gehandelt werden. Also die weggelassen, die sich in festen Händen zum Beispiel bei einem Großaktionär befinden. Im Fachjargon heißt das Ganze dann Free Float Marktkapitalisierung. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe anderer Kriterien, die vor allem die Qualität des Unternehmens betreffen. Ich will es uns ersparen, jetzt alle komplett aufzuzählen. Ich gebe dir nur ein paar Beispiele. Der Streubesitzanteil muss mindestens 10 Prozent groß sein, mindestens zwei Jahre ein positives EBITDA, also Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Und es müssen Jahresabschlüsse, Halbjahresberichte und Quartalszahlen vorliegen. Übrigens können auch ausländische Unternehmen in den DAX aufgenommen werden, wenn sie ihren juristischen Hauptsitz in einem EU-Land oder ihren operativen Hauptsitz in Deutschland haben. Woran bemisst sich eigentlich, Karl, ganz konkret, wie die einzelnen Aktien im DAX gewichtet sind? Die häufigste Gewichtungsmethode ist die gerade angesprochene Free Float Marktkapitalisierung. Man spricht da auch von Marktkapitalisierungsgewicht eines Unternehmens. Das ist im Detail recht kompliziert zu ermitteln, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass Unternehmen mit den höchsten Börsenwerten die höchsten Indexgewichtungen haben. Diese Methode hat sich weltweit durchgesetzt und gilt auch für den DAX. Die anderen der genannten Kriterien, wie zum Beispiel die Gewinnentwicklung, spielen für die Gewichtung dagegen keine Rolle. Die Gewichtung nach Marktkapitalisierung ist zu Recht die vorherrschende Methode. Sie spiegelt die Bedeutung des Unternehmens für den Aktienmarkt am besten wider. Denn die Marktkapitalisierung einer Aktie ist ja keine feststehende Größe, sondern sie ergibt sich durch Angebot und Nachfrage und dem entsprechenden Kurswert. Gibt es denn eigentlich auch Alternativen dazu? Eigentlich fällt mir zu Indexgewichtungen nur eine einzige Alternative ein, die auch weltweit umgesetzt wird, nämlich die, die dem berühmten Dow Jones Index zugrunde liegt. Dabei wird mit einer simplen Durchschnittsmethode gearbeitet. Das heißt, die einzelnen Aktienkurse werden einfach aufaddiert und die Summe anschließend durch die Zahl der Einzeltitel, also durch 30 geteilt. Und damit hat man schon den Indexstand. Das Problem dabei, das Indexgewicht wird ausschließlich von der Höhe des Aktienkurses bestimmt und ist völlig unabhängig von der Firmengröße. Allein durch einen hohen Börsenkurs kann eine Aktie also eine Spitzengewichtung im Index erhalten, auch wenn der Marktwert und damit die Bedeutung des Unternehmens im Gesamtmarkt relativ gering ist. Aktuell ist zum Beispiel der Gesundheitsdienstleister UnitedHealth mit 9% Gewicht der stärkste Wert im Dow. Ich vermute mal, von dem Unternehmen hast du noch nie was gehört. Und das musst du dir auch nicht wundern, denn im S&P 500, der ja nach Marktkapitalisierung gewichtet, hat dasselbe Unternehmen nur ein Gewicht von knapp 1%. Aber vielleicht wichtig zu wissen, natürlich gibt es alternative Möglichkeiten, in einem Portfolien Aktien zu gewichten, Andreas. Beliebt ist zum Beispiel nach dem Brutto-Sozialprodukt zu gewichten oder die Gleichgewichtung von Aktien. Nur bei Indizes hat sich das alles nicht durchgesetzt. Würdest du sagen, dass die Marktkapitalisierungsmethode, so würde ich es jetzt mal nennen, der Königsweg ist? Ja, meiner Meinung nach ist sie das tatsächlich, obwohl sie nicht unumstritten ist. Häufig wird zum Beispiel kritisiert, dass es für einzelne Unternehmen keine Maximalgewichtung gibt. Das kann dazu führen, dass eine kleine Gruppe von Unternehmen ganze Indizes dominieren. Aktuell zeigt sich das Problem bei Technologiewerten. Allein die fünf Größten haben in allen relevanten Indizes ein extrem hohes Gewicht. Im Nasdaq 100 immerhin 35%, in S&P 500 25% und in dem weltweiten MSCI World 18%, obwohl der ja die Welt darstellen möchte. Wenn aber nur wenige Megakonzerne und auch noch aus einer Branche wie aktuell ein Index so stark dominieren, dann kann man nicht mehr davon ausgehen, dass er repräsentativ für den gesamten Markt ist. Um dieses Problem zumindest abzumildern, hat man in den meisten Indizes Obergrenzen für das Gewicht einzelner Aktien eingeführt. Beim DAX zum Beispiel ein Limit von 10%, das seit dem 18. März 2024 aber auf 15% angehoben wurde. Alles in allem ist die Marktkapitalisierung aber trotzdem die beste Gewichtungsmethode. Das finde ich echt interessant und deshalb würde ich ganz gerne an der Stelle noch ein Stück weit konkreter werden mit dir gemeinsam, Karl. Warum hat sich denn jetzt gerade die Marktkapitalisierung als Gewichtungsmethode durchgesetzt? Denn du sagst ja selbst, dass es durchaus Alternativen gibt. Das ist wirklich ein interessanter Punkt, Andreas. Daran kann man nämlich sehen, wie gut im Bereich des Anlagemanagements Theorie und Praxis zusammenspielen. Die Marktkapitalisierungsgewichtung geht nämlich auf die beiden Finanzmarktforscher William Schaap und Jan Mossin zurück. Die haben im Rahmen eines theoretischen Finanzmarktmodells bewiesen, dass ein Marktportfolio die sogenannte Effizienzeigenschaft hat. Das heißt, dass es kein anderes Portfolio gibt, für das eine bessere Relation aus Rendite und Risiko erwartet werden kann. Und dieses seitdem berühmte Marktportfolio ist nichts anderes als ein nach Marktkapitalisierung gewichtetes Portfolio aller liquide gehandelten Aktien. Es war also ein finanzmarkttheoretisches Forschungsergebnis, das die Initialzündung für die Schaffung Marktkapitalisierungsgewichte der Indizes gegeben hat und zugleich den Startschuss für Indexfonds und ETFs. Jetzt haben wir von dir auch schon gehört, wann man im DAX drin sein darf, wann man drin bleiben darf oder wann man reinkommt. Lass uns das mal ein Stück weit wechseln, die Perspektive, Karl. Unter welchen Umständen muss denn eine Aktiengesellschaft den Index wieder verlassen? Und ich würde eben vorschlagen, bleiben wir doch einfach mal beim DAX. Ein Unternehmen muss aus dem DAX ausscheiden, wenn es hinsichtlich Marktkapitalisierung und Börsenumsatz nicht mehr zu den 45 Spitzenunternehmen gehört. Bei außerordentlichen Ereignissen wie die Aussetzung der Kursnotierung, einem Konkurs oder Vergleich kann ein Unternehmen auch außerhalb der regulären Überprüfungszyklen aus dem Index entfernt werden. Oder wenn es gravierende Veränderungen im Streubesitz gibt, wenn also zum Beispiel ein einzelner Aktionär alles an sich reißen würde. Auch müssen die Unternehmen laufend bestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Sie haben testierte Geschäftsberichte zu veröffentlichen, Corporate Governance Standards einzuhalten und so weiter und so fort. Wenn sie dagegen verstoßen, kann das ebenfalls zum Ausschluss führen. Kannst du das mal an einem Beispiel aus der fast 40-jährigen Geschichte des DAX erläutern? Da kann ich dir sogar zwei ganz prominente Beispiele nennen. Ja, bitte, bitte. Du kennst die Aktie. Die flog nämlich am 24. August 2020 wegen des bekannten Bilanzskandals und Insolvenz aus dem DAX und zwar außerhalb des regulären vierteljährlichen Überprüfungszyklus. Daraufhin wurden übrigens die Regeln geändert, um insolvente Unternehmen schneller aus dem Index entfernen zu können. Sie können nun mit einer Frist von zwei Handelstagen entfernt werden. Auch hat man aufgrund der Vorgänge um Wirecard die Aufnahmekriterien zusätzlich verschärft. Zweites prominentes Beispiel, die Commerzbank im Herbst 2018. Sie flog wegen ihres massiv geschumpften Börsenwerts aus dem DAX. Anschließend war sie im MDAX der mittelgroßen Werte gelistet. Ironischerweise rückte damals Wirecard an ihre Stelle. Seit Februar 2023 ist die Commerzbank aber wieder Mitglied im DAX. Das hat sie aber auch der Ausweitung von 30 auf 40 Titel vom September 2021 zu verdanken. Das also vieles und viele Informationen zum DAX und über den DAX, Karl. Du hast es anfangs schon angedeutet, man kann sich jedoch auch einen eigenen Index bauen lassen. Also fernab derer, die das vorgeben. Und darauf lassen sich dann doch auch ETFs auflegen, oder? Ja klar, das geht. Das ist mittlerweile sogar ein eigenes Geschäftsmodell. Wird mittlerweile aber nicht nur von ETF-Anbietern genutzt, sondern wie schon kurz angesprochen auch von der Zertifikateindustrie. Bis hin zu ambitionierten Privatanlegern. Es gibt mittlerweile Unternehmen, die dir anbieten, einen beliebigen Index nach deinen Vorgaben zu konstruieren und zu pflegen. Wenn du also zum Beispiel irgendeine und sei es auch noch so verrückte Anlageidee hast und damit die Welt beglücken möchtest, kannst du dir einen dazu passenden Index bauen lassen. Es gibt aber auch ernsthafte Abnehmer von solchen speziellen Indizes und den entsprechenden Produkten. Vor allem institutionelle Anleger wie Versicherungen, Banken oder Vermögensverwaltern. Was hältst du denn von diesen Indizes der Marke Eigenbau? Wenn hier für jede x-beliebige Investmentstory ein Index gebaut wird, dann halte ich nichts davon. Auch Indizes für ganz spezielle und enge Marktsegmente wie zum Beispiel saudi-arabische Aktien oder Agrarrohstoffe halte ich zumindest für den normalen Anleger für absolut überflüssig. Unter Umständen sind sie sogar gefährlich, nämlich dann, wenn den Anlegern mit solchen Konstruktionen wilde Renditeversprechungen eingeredet werden. Aber wie gesagt, das schließt nicht aus, dass es für solche Konstruktionen durchaus auch vernünftige professionelle Anwendungen geben kann. Kann man denn eigentlich rückblickend auch sagen, welcher der beste Index ist? Was meinst du genau damit, Andreas? Hinsichtlich welchen Kriteriums der beste? So wie ich dich kenne, denkst du an Performance. Also ziemlich eindimensional, oder? Hallo, hallo, hast du gerade gesagt, ich denke eindimensional. Okay, ich denke aber, dass viele Leute so denken und schauen erstmal auf die Performance, wohl wissend, dass das vielleicht nicht immer die richtige Sichtweise ist, oder? Gibt es da wirklich eine eindeutige Antwort? Nein, da gibt es eben keine eindeutige Antwort. Auch bei Performance musst du dich fragen, über welchen Zeitraum das letzte Jahr oder die letzten zehn Jahre, je nachdem, wie du dich da entscheidest, wird immer ein anderer Index die Nase vorne haben. Man kann die Frage also nach dem besten Index nicht pauschal beantworten. Die entscheidende Frage ist immer, was will ich mit einem Index überhaupt anfangen? Will ich wissen, wie der Technologiesektor gelaufen ist, dann sind sicher der Nasdaq bzw. der TechDAX die richtige Wahl. Will ich aber wissen, wie sich die Aktienmärkte insgesamt auf globaler Ebene geschlagen haben, dann greife ich am besten zum MSCI Weltindex. Um deine Frage aber zu beantworten, wenn es um Branchen geht, sind in den letzten Jahren vor allem die Tech-Werteaktien sehr gut gelaufen. Wenn es aber um Länder geht, da lagen in den letzten zehn Jahren Aktien aus Dänemark, Taiwan und den USA vorne. Dänemark mit 363% plus, Taiwan mit 330% plus und die USA mit über 309% plus. Aber, mach dir bitte klar, Andreas, solche Zahlen haben keinerlei Aussagekraft für die Zukunft. Sie sehen nichts als ein Blick in den Rückspiegel. Favoriten wechseln ständig und oft und auch völlig und heftig und unvermittelt. Noch eine letzte Frage, Karl. Was ist denn aus deiner Sicht der exotischste Index, von dem du je gehört hast? Naja, ich habe mir mal den NAMI aufgeschrieben. Wen? Den NAMI, den North American Marihuana Index. Wir haben doch jetzt in Deutschland auch so komische Clubs. Also der Index, der die Performance von führenden Cannabis-Unternehmen in den USA und Kanada abbildet. Aber auch Indizes, die zum Beispiel die Schwankungsbreite von Märkten messen, die sogenannte Volatilität, empfinde ich als exotisch. Auch wenn solche Indizes im Optionshandel durchaus eine sinnvolle, professionelle Verwendung haben, sind sie aus Sicht eines Privatanlegers eindeutig überflüssig. Und der wäre dann wahrscheinlich auch nichts für dich, oder? Nee, der wäre nichts für mich. Also ich investiere am liebsten im Breite-Index. Und wenn ich wirklich zocken will, dann gehe ich lieber zum Pferderennen. Dann lassen wir das so stehen und haben heute eine Menge über Indizes erfahren, wann immer sie auch erfunden worden sind und dass man sie sich auch selber zusammenbauen kann. Spannende Details, spannende Infos von Karl-Matthäus Schmidt. Ich sage ganz herzlichen Dank dafür. Meine Damen, meine Herren, dieser Podcast erscheint immer freitags alle zwei Wochen. Sie abonnieren ihn am besten direkt. Bitte, bitte, um keine Folge zu verpassen oder noch besser. Sie können klug Anliegen auch teilen mit Ihren Freunden und Bekannten, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Sie dürfen uns Fragen stellen, natürlich zu diesem Podcast. Sie können uns Themen vorschlagen. Was auch immer Sie mögen unter podcast.querinprivatbank.de. Schreiben Sie uns gern an. Weitere Infos auf der Homepage www.querinprivatbank.de. Und für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.